Das ist Siyu. Sie sortiert gerade ihre Bilder vom Sommerurlaub. Dabei ist hier ganz schön warm geworden. Mann Siyu, dreh doch einfach die Heizung runter. Nur 1 Grad. Damit kannst du bis zu 6% Heizenergie im Jahr sparen. Auf deine 80 Quadratmeter Altbau macht das sicher locker 60 Euro aus. Cool, denkt sich Siyu. Nicht schlecht. Dafür kann ich ja einen Monat lang ins Fitnessstudio. Ist ja gut, ihr dürft ja gleich. Also, wie war das nochmal? Ganz einfach. Thermostatventil am Heizkörper eine halbe Stufe zurückdrehen. Das entspricht etwa 1 Grad. Und schon hast du in deine Bikini-Figur investiert. Für den nächsten Sommerurlaub. Passt doch, oder?